Hey und willkommen zu diesem kurzen Video hier. Ich möchte nur mal ganz schnell sagen, warum die letzten beiden Tage kein Video kam oder letzter Tag, ich weiß es gar nicht, wie lange es kein Video kam. Auf jeden Fall, ich war krank. Alle, die mich auf Snapchat und auf Instagram schon abonniert haben, die haben das auch gesehen, da habe ich das sofort gepostet. Da kann ich es auch viel einfacher posten, aber wenn ich krank bin, will ich einfach nicht an dem PC und ich war wirklich richtig down. Da konnte ich wirklich auch überhaupt nicht arbeiten und kein Video machen und ich hatte auch nichts mehr. Ich denke, ein Video habe ich schon noch, das werde ich auf jeden Fall dann morgen bringen und ansonsten muss ich schauen, ob übermorgen noch ein Video kommt, weil ich bin immer noch nicht ganz gesund, vielleicht hört man das an meiner Stimme und es geht mir allerdings schon besser. Ich werde trotzdem jetzt noch ein bisschen Computerpause machen, damit ich ganz gesund werden kann und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ja, freut euch auf jeden Fall dann auf die Videos, die wieder kommen, dann werde ich mir wieder Mühe geben und ja, dann würde ich euch auch schon einen wunderschönen Tag wünschen. Genießt das schöne Wetter bei mir draußen, ist ein wunderschönes Wetter und ich darf nicht rausgehen, richtig schön auf jeden Fall. Und ja, das war es von dem Video. Ciao! Ciao!